Und damit willkommen zu einem von vier FFA-Kämpfen, die wir zusammen mit dem guten Cold Crow aufgenommen haben. Links zu allen Teilnehmern sind in der Beschreibung, falls ihr irgendwas anders im Video hört. Wir waren sonst selber noch nicht so sicher, wie wir es hochladen, aber jeder lädt die Kämpfe hoch. Also guckt mal vorbei bei allen, ist doch schön. Und jetzt auf zum Video, wir sind alle behindert, glaube ich. Hallo. Nein, nicht, ach scheiße. Ich dachte, ihr habt schon längst gestartet. Ja, aber vielleicht mal so eine Anmoderation. Achso, halt die Fresse, René. Anmoderation sind das für Anfänger. Achso. Warte, warte, ich mach die Anmoderation. Okay. Hallo Freunde und willkommen zu einem FFA auf, ja nicht auf meinem Kanal, sondern auf so irgendeinem Spacko. Aber ich bin nicht Zellos, auch wenn ich Freunde sag. Ja, ja, ja. Ja, das war die Anmoderation. Das ist zum selber ändern, gibt das Sinn? Ähm, ich bleib da, wo du dich bin. Kampfbeginn. Oh, ich kämpfe Termina. Mein Punch! Ich kämpfe diesen hässlichen Noctare-NP. Oh, wegen den Carlos-Ringen kannst du dein Team nicht mitnehmen. Hammergeil. Welches Team kannst du nicht mitnehmen? Nein, nein, still, ich hab zum Glück zwei Teams gemacht. Ich bin Mega Ray, ne? Oh, ey, das ist ja richtig. Ja, ihr Tryharder, Alter. Das steckt in dem Dident drin, oder? Ihr verdammt ein Tryharder. Oh, Mann, ey. Ich hab nur meine Playstation dabei, lass mich in Ruhe. Also, was nimm mich denn mit... Eine kleine Feuerschwäche, nimm mich ein Feuerpuppe. Oh, schick das gefährlich. Also, erst mal mit Tau-Dum-Lieden. Das war... Erst mal mit Tau-Dum-Lieden. Das unterstütze ich, mein Freund. Ja. Oh, Mann, ey. Das ist jetzt voll... Ich war... Nein, der Typ hat einfach die Affensarbeit. Verpisst dich erst beim Land. Ja, fokuss. Fokuss. Das ist mein... Das ist mein Wander-Log-Team, du Affe. Fokuss. 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 Obwohl er diesen Gut war, fokuss. War ein Gut-Raw als Hesley. Ja, kein Gut-Raw. Stimmt. Stimmt. Das ist verkleidet, das ist auch ein Mega-Ray. Playstation? Ja, Playstation. Fokuss, Playstation. Ich weiß es nicht mehr, lass dich tun. Ey, darf ich gewinnen? Bitte? Fokuss. Ich gewinne. Ich seh euch mit meinem Wander-Log. U-S-A. U-S-A. Ja, okay, das ist richtig. Greninja. Playstation. Playstation? Runtan! Also, such mir mal den Fred raus. L-Lol, ich hab' einen Faden. Ich bin kein Fred, ich bin nur eine Playstation. Mal gucken, wer da schnell zu eigentlich ist. Das ist USA-Defendig ausgelegt. Äh, ist das Metang, hat das Bodycheck? Nein. Ah, würde das Metang. Boah, bist du ein mieses Stück. LOL, try harder. Live, Ohab. LOL, Mixer. Mixer. Freikin' BAT! Voll der Team-Support. Alter, mein Team-Player. Alter, schade ich deine. Hast du das beim Laden? Meine Playstation ruckelt beim Laden. Oh shit. Oh shit. Steine. Kommst du einfach mit Hotschein? Nein. Wer? Geht los? Den mach ich. Ah, hat er einen Roselia? Ich glaub, es geht los. Wie ich dem Metang einfach original nichts kann, dann ist mal jemand kaputt machen würde. Danke. Nein, bitte nicht. Ich hab nur Tarnsteine. Und Bodycheck. Und Bodycheck. Und Bodycheck. Und Bodycheck. Giftspitzeln. Egal, ich hab'n Giftspitzeln. AUCH LACKER! Interessant finde ich, dass Roselia schneller ist als Amphitze. Ja, wegen... LOL. LOL, du hast grad die Giftspitzeln wieder weggemacht. Ja. Ja, unsere. Das war ne geile Nullrunde für euch beide. Das finde ich sehr gut. Stimmt, der Rückgewinn war ja okay. Wir sind schneller. Wir sind schneller wegen Rückwissung. Stimmt. Ja, das hab' ich ja vergessen. Wo hab' ich die Jute? Ja, ich hab' die Jute. Ja, ich hab' die Jute. Ja, ich hab' die Jute. Ich greif' mich an, dass ihr das klar ist. Die Lady. Die Lady. Die Lady, die kann ich nicht sagen? Richtig. LOL, Streiger und Team, vermisst die Jute. Nein, du hast nichts gesehen. Und Crid. LOL. Oh, halt' die Arschlöcher, ey. Ohne Scheiß. Also, ich kann so effektiv gegen Metang eigentlich nichts machen. Ja. Das USA kann nichts gegen Metang machen. Ey, geil, ich geh' jetzt auch auf Lady, der hat mich ge-U-turned. Das ist der Erste, der mich angegriffen hat. Den mach' ich fettig. Ja, Mann. Klar, Bruder? Ja. 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 Nicht ich. Ja. Sind jetzt alle auf das Chillabell gegangen? Möglich, also ich schon. Ja, fokussen wir mal das Chillabell. Du kannst ihn plus zwei Metang und wir fokussen auf Chillabell. Du kannst ihn plus zwei Metang und wir fokussen auf Chillabell. Du hast nichts gesehen. Du hast mich genug gehört. Kannst du ehrlich, warum? Weil du eine Arschlöcher bist. Das ist korrekt. Ja. Ja, wir müssen irgendwas gegen das Mäh-Tang machen, das ist halt bloß 2, Mann. Lieber gewinnt er als du. Ich läufe das Mäh-Tang mal ein, bitte, danke. Nein, ich greife das Don-Fan an, ich schwöre. Mit IC? Ja. Warum lässt du das Don-Fan nicht läben? Das ist das Einzige, was das Mäh-Tang kaputt machen kann. Nein, nein, ich... Ich mach den noch kaputt. Lippa! Arme-Tang stirbt jetzt. Und ich hoffe Roselia auch. Ich hoffe, dass wir ihn gehen sollen. Choice Band. Ja! Ja! Ich muss aber auf das Don-Fan gehen, weil... Weil da hat ja auch nur einen Pogel auf deiner Seite und ein Psycho-Stahl-Pokémon, was sich sehr effektiv trifft. Hier auf der Strand? Nö, denn... Und du greifst das Don-Fan an. Don-Fan muss bestärmen. Ja! Ey, ihr müsst jetzt Don-Fan angreifen, ich glaube, ich kann das gar nicht angreifen. Volt-Adi. Ich weiß übrigens nicht, wie das Spitzener-Mitte-Scheine kam. Ich... Ich auch nicht. Ich will es nicht wissen. Doch, ich kann das Don-Fan angreifen. Nein, ich kann es nicht. Du hast ein Blizzard. Der trifft nicht. Du kennst heute Terminus-Effekt. Ich kann ja dich nicht mit Blizzard angreifen. Ne? Nein! Das geht nur auf die Gegner. Das... Blizzard geht nur auf die Gegner. Ach so. Einmal noch! Ich bin ein Vogel! Du dämlich. Egal. Ich habe Erdbeben. Ich habe Erdbeben. Das äh... Das äh... Das äh... Stopp! Freeze! Fuck you Bitches! Freeze! Freeze! Ja, das ist ja wirklich... Stopp! Ja, was soll ich machen? Das ist ein mäßiges Blitzer. Ein mäßiges Blitzer. Mit, äh... Nur Scheiß-Attacken. Weil es, glaube ich, in der Wander-Log-Level 28 gab man. Aber, Digga, du bist das ja wirklich schnell. Du hast eine Elektro-Attack gesagt, wie... Ja... Ich sag bitte nein. Können mal irgendjemand das in den USA rausnehmen? Weil der hat alle drei. Ich such's dir, aber es weicht meinen Blizzard aus! Hahahaha Donner-Sock! Ey... Überleben! Ja! Scheißhaufen! Na egal, kriegst gleich ein Eisblitter ab und dann hat sich das. Ein Schlitter! Ey... Kann das eigentlich... Kann das auch noch? Krass! Tschüss, Vogelchen! Nein! Wett auf! Ich wink euch, das hätte ich nicht mehr hindrücken! Fuck, 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 fuck! Alter, lass nicht mal zum Spaß! Das... Das ist nicht mal Spaß! Doch! Doch! Das ist nicht mal Spaß, das meine ich erst! A-F-D! 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 Nein, da habe ich Angst vor! Don-Fahn, hilf mir! Don-Fahn! Don-Fahn! L-F-D! 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 Du Ficker! Wie ich einfach Schaden mache. Was für kein Rücken mitmeffert, das geht, Mami, ne? Aber Shirachi kann ich auch nicht wirklich angreifen. Soll ich jetzt das Dunfer töten und dann von Shirachi gefickt werden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Mami, guck mal. Warte, es hat Konfus... Das hat gar kein Set, oder? Hey, das ist das Event, Shirachi! Das ist das Event, Shirachi! Es ist trotzdem schneller. Oh nein! Das hat halt nicht mein Investor. Nein! Shirachi gewinnt! Du Muschi! Der hat erstes rausgeschlagen, ne? Ich hab aber auch kein... Ich hab grad abgeschlagen. Was ist dein letztes Pokémon? Meta! Ah, lol, Meta! Ja, was soll ich bitte Meta machen? Alter, der lässt sich Pokémon ist, äh... Der 1-Strom ist kaputt. Der 1-Strom ist kaputt. Der 1-Strom ist kaputt. Was ist das denn? Der verfisst du so, Mann. Hast du, hast du Spukball, oder findest du Aura? Nein. Das ist ein Event, Shirachi. Hörst du eigentlich nicht zu? Ich rede auch von Terminast. Ja, er meinte, er meinte das Rotom. Alter! Taucht mich zu skarfen! Verpiss dich aus meinem Land! Ihr doch nur! Das war ein Wahlglas! Ich bin auf dem Wunschtraum gekannt! Ja! Wahlglas! Wunschtraum! Au, ich hab schwer! Ich hab eine Konfusion drin! Verpiss dich aus meinem Land! Das tut gut, das tut gut! Warum? Oh ja... Ja, geh weg! Ich kann nicht nur auf dem Wunschtraum gehen, geh weg! Ich kann nicht nur auf dem Wunschtraum gehen, geh weg! Das ist ein Event, ey! Geht ewig, wenn es dich nicht du hüten kannst! Ist mir doch egal, irgendwann hast du keinen Wunschtraum mehr! Dann kommt der Verzweifler, Bitch! Ja, aber es ist ein fucking Rotom, das ist vulkig! Piu! 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 Der verpiss dich aus meinem Land! Wunschtraum! Geht der Wunschtraum noch? Hä? Warte, dann ging der grad grad in Erfüllung? Ja, weil ich Voll-Life war! Voll-Life-Games war ich! Kommt erst die Verbrennung oder erst der Wunschtraum? Zuerst kam der Wunschtraum und dann die Verbrennung, aber weil ich volle KP war, kam kein Wunschtraum und jetzt bin ich fast hoher, glaube ich! Jetzt brennst du, oder? Ja, jetzt kommt zuerst der Wunschtraum! NEIN! Au! Ja, dann nimmst du mich halt in der nächsten Runde raus! Ja, aber jetzt gehörst du ihm! Low, roll, low, roll! Ich will, dass es länger geht! Hey, das ist Peter Byrne! Das hab ich verloren! Stopp die Scheiße! Achso, warte, wohne ich... Ach, ja, halt... Ja, ich würde auch Fliss abgehen sollen! Der hätte doch eh gemisst! Deswegen ja, ne? Ruf! Ich wollte das länger genießen! Hex! Die haben nur wegen Hex gewonnen! So, jetzt die anderen drei Pokémon mitnehmen? Ja, ist okay! Ja, die haben... Nö! Ich weck sie in meine Mission! Nö! Tust du nicht! So! Ich hab keinen Bock mit dem One of the League weiter zu tanken! Muss ich den Kampf speichern? Nein, ich hab ihn aufgenommen! Ich muss ihn nicht speichern! Ja, echt, hey, du Ficker-Spiel! Weißt du was, wir machen jetzt einen Schnitt? Ja, wir machen jetzt einen Schnitt! Okay! Tschüss, Leute! Kauft meinen Scheiß! Spritz, ich hab gewonnen! Guck mal bei den anderen rein! Das Kolossus ist ein Wichser! Ich lass das alles drin! Auf meinen Scheiß! Ja! Auf meinen Scheiß, ja! Ja! Die anderen sind in der Beschreibung, wenn ich dran denke! Halt die Fresse! Mach du eh nicht amk! Mach eh eh nicht, ich weiß! Ich will dich nochmal gegen... ähm... neben Cole spielen! Der hat mich gesiegt schon, der Ficker! auch ihr hört euch 권lecker! Ich mach mich mal immer wieder und das ist nicht und auch scheiß nicht,